Liebe Longboarderinnen und Longboarder, lieber Verein SFBK, ich möchte euch im Namen der gesamten Jury ganz herzlich dafür danken, dass ihr uns auf euer tolles Sportprojekt hingewiesen habt. Der Sportprojekt Integration fördert soziales Miteinander und er bringt Menschen zusammen, ganz gleich welcher Sprache, Herkunft, Religion, Kultur. Ihr habt das Rennen gemacht, aus zwei Gründen insbesondere. Erstens, ihr stellt eure Longboards selbst her. Das ist unheimlich kreativ, ist nachhaltig und einfach intelligent. Und der zweite Grund ist, ihr vermittelt Selbstwert. Und damit stärkt ihr eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen Mobbing-Erfahrungen und helft, diese zu bewältigen. Es kann nur jedem vernünftigen Menschen einleuchten, dass zivilgesellschaftliches Engagement, das sich gegen Mobbing richtet, nicht hoch genug geschätzt werden kann. Kurzum, ihr übernehmt gesellschaftliche Verantwortung. Ihr habt dabei Spaß und Freude. Aber uns ist klar, das ist mit harter Arbeit und viel Mühe verbunden. Sehr geehrter Herr Thorsten Gegenwart, vielen Dank für deinen Einsatz. Ich wünsche euch alles Gute. Herzliche Gratulation. Bleibt in Bewegung. Bleibt gesund. Ich hau mich jetzt auf einen Long-Büro-Chair. Alles Gute. Ciao.